Moin moin Leute und herzlich willkommen zur, ich glaube, 40. Folge von Skyrim. Ähm, letztes Mal hat uns der gute Wilhelm ja eine Saphirdrachenklaue gegeben. Und die können wir ja hier in dem Grab, was wir für Wilhelm besäubern sollten, benutzen. Und da werde ich jetzt gleich erstmal gucken, welche Symbole denn auf dieser Saphirdrachenklaue drauf sind. Ähm, wie kann ich mir das genauer angucken? So. Ähm, was ist das hier? Flügelfie, Boiler, Wolf. Okay. Flügelfie. Oh, ich hab's gehört. Oh, hier kommt die Beule hin. Boiler, Wolf. Und wir haben Spaß, wenn wir uns in der Mitte. Zack. Und los geht's. Und es hat funktioniert. Okay. 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 Was wird es hier geben? Diese Gräber gehen doch gleich auf, wenn ich das Buch da wegnehme. Aber wie dem auch so sei, diese Eichnaut kann ich, glaube ich, noch nicht. Aha. Zauber kann ich aber jetzt. Hier werden doch gleich Gegner kommen. Aber ich bin mir doch schon sicher. So, wie komme ich hier rein? Ich bin doch gleich. Okay. Ich bin doch gleich. Ich bin doch wieder. Oh, Gott. Wicht! War ja gar nicht so schwer, ne? Oh, unser Drauger Sehr schön, du hattest noch Pfeile dabei Der Drauger Wicht Habe ich nicht noch irgendwen hier hinten gekillt? Scheinbar nicht War da hinten auch ein Tor Ne, das ist zugeschüttet Ok Dann müssen wir hier Und hier die Tür wieder aufgeht Ok Die Hildenbeutel nehmen Nichts sonst Was hat da noch gehört, oder? Wo ist denn das Skelett? Hier hinter der Tür, oder? Hä? Hä? Da ist es Hier geht's aber weiter Hier geht's aber weiter Ich will ja noch nicht weiter Ich will erstmal nach oben Das ist eine Meistertür, das heißt, hier geht's definitiv nicht vom Spiel aus weiter Aber es könnte ja sein, dass man keine Dietricher hat oder nicht genügend um diese Tür zu öffnen Ja, perfekt Jawoll Rührende Seelenstein und noch eine Expertentruhe Na, die Truhe hier ist schon ein bisschen heftig, würde ich sagen Perfekt Geöffnet Dankbuch wollte ich nicht nur Gold Leichter wiederbelebt Kenne ich auch noch nicht Nur weil ich weiß Bücher und Leichter Kann ich jetzt auch Sehr schön Aber weiter geht es hier Ohne Ohne Woher komme ich denn da hin? Woher komme ich denn da hin? Das hat Spaß gemacht Da könnte ich sie zum ersten Mal so richtig benutzen Auch Das ist schön Jetzt krieg ich so viele Alten vor Uhhh Jetzt hat mich das Skelett Das war ganz schön dumm von mir Der hat auch noch Pfeiler Sonst noch ein Torso und ein Pfeiler Nein Dann muss ich aber jetzt erstmal wieder den Nordbogen, den ich hier aus Versehen aufgesammelt habe, wegschmeißen, weil den will ich nicht benehmen. Das wäre ein Spaß gemacht. Okay. Das war der Poverlose. Das wäre jetzt nicht so gerechnet. Na, komm her. Wo ist er denn hingerollt? Hier unten, nicht oder? Wo bist du? Komm hierher. Das ist der Hammer. Das sieht sich gleich so an, ne? Vielleicht doch. Ich bin aber weg. Oh, der Bicht. Den hier habe ich gar nicht rauskommen gesehen. Aber man hat gehört, dass zwei aufgegangen sind. Die ja von selber drauf kommen können. Ja, ja. Konntest du noch nicht deine Freunde rufen, was? Was passiert hier, wenn ich das aktiviere? Ja. Ja. Der da lebt auch. Alle, die hier Rüstungen anhaben, leben noch. Das ist ganz einfach hier im Spiel. Da die hier alle Rüstungen anhaben, die da gerade lagen, die beiden, haben beide dementsprechend noch gelebt. Wo ist der andere? Da. Aber nicht so viel. Ich dachte, ich hätte mich noch vergessen. Das hat sich so angehört, als ob das aus einer anderen Richtung kam. War aber nicht so. Schlüssel. Schlüssel, ich nehme mich gerne hier. Das ist verschlossen. Aber schade. Hätte ich mir noch ein paar Erfahrungspunkte mitnehmen können. Das geht jetzt auf jeden Fall nicht mehr. Okay, Plaster. Ich hätte noch das hier auch. Ähm, ja, die Geldworte. Und Traugang. Und das war's. Okay, dann bin ich hier wieder raus. Mal erstmal langlaufen. Was ist hier so gut? Es gibt auf jeden Fall einen Seelenstein. Den ich habe wohl. Und sonst gibt es hier in die Seite. Und dann noch rein. Oh, also schwer als das vorige Mal. So. Was ist jetzt nix? Okay. Okay. Die Tür geht. Traugang. Nice. Das ist nix. Naja, der Schlag ist dabei. Das ist leicht. Naja. So, hab ich gesehen. So, hier sind auf jeden Fall schon mal auch solche Stein-Dinger. Hier durchgucken, damit er sich versteckt. Nein, oben. Was ist nach links oben? Kann ich das hier kaputt machen? Kann ich das hier kaputt schießen? Nein. Kann ich das kaputt schreien? Nein, kann ich auch nicht. Eins ist schon mal klar. Das hier ist definitiv dann ein Adler. Nichts passiert. Das hier muss der Adler sein. Hier könnte man so ein bisschen was davon sehen. Das geht durchs... Ohne welches war das? Bei einem könnte man noch ein bisschen was sehen. Wärter hier. Nicht. Hier ist komplett bescheuert. Aha. Jetzt muss der Walfisch sein. Walfisch. Das hier. Walfisch ist hier. Nur noch das hier. Okay. Scheiße wäre es wenn ich jetzt wirklich. Das ist meine Frage, weil ich ja aber den Brot, dann scheint er nicht auslösen könnte. Äh, hat vier Glänke. Ich habe mir schon gedacht, dass sie schlanger bleibt. Okay. Du verabschiedest dich, Max? Tschüss. ich hab's raubisch hier ist echt alles voll mit Fallen, also richtig voll mit Fallen. Und was anderes haben wir hier auch nicht liegen. Noch was alles? Autschi, Autschi. Erstmal möchte ich gerne meinen Fall wieder haben. Danke. Wir haben hier keine Quest, Leute. Aber wir haben von dem Quillhelm diesen Saphirdrachenglauer bekommen. Und ich habe keine Ahnung, was uns hier erwarten wird. So, ich erkläre, dass das noch fehlt. So, ich erkläre, dass das noch fehlt. Okay. Ja, ja, mach mal. Da ist es aufgegangen. Und dahinter auch. Wo ist noch was am Ende? Da. In der Mitte. Ich will ja jetzt echt nichts sagen, aber... Bei den Monstern, die hier rauskamen, war da überhaupt gar kein Problem. Schönes Geblätter. Schön. Du kannst dich gleich wieder verabschieden. Hier bei der Neue. Der Phantales. Habe ich mal hier. Okay. Und das hier bei dem Bogenschütze, der hat nämlich die Pfeile dabei. Und zusätzlich noch einen Granatstein. Oh, da kommt der Pfeil. Und hier unten. Okay, ich werde jetzt auch hier entlang kommen. Hat auch gut was an Pfeilen dabei. Sehr schön. So. Was hast du für mich? Eisenbahn. Sehr schön. Ach, das ist ja gar nicht so schlecht hier meine Ausbeute. Was ist mit dir in der Mitte? Wie wird es dann noch zwei Händler der Kälte? Why not? Der Raum war auf jeden Fall too easy. Muss ich auch mal ganz ehrlich sagen. Die Gefahr war das nicht. Ich bin nicht blöd. Ich bin nicht blöd. Truhe. Nein. Nein. Oh, ich trottel. Ich wollte eigentlich... Ich weiß was ich mein. Ich weiß was ich mein. Das Ding. Ich wollte die Tour anklicken, sondern die sind gerade da. Ja. Hier auf der Seite alles. ja jetzt werde ich wieder die Druckwelle auswählen mich ja nicht wundern, wenn der Ausgang hier auch noch mit allen voll ist, aber das ist ja der Ort, wo ich diesen komischen Typen gebildet habe sehr schön so, hier rechts, dann links und dann bin ich raus ich weiß nicht, ob dieser Ort nochmal für irgendetwas wichtig sein wird das war jetzt mal nebenbei gemacht aber, sollte jetzt nichts weiter bedeuten ok wollen wir mal hier noch mal ein bisschen was machen ich würde gerne wissen, wo die Nordwindspitze ist da komme ich nicht so einfach hin ok müssen wir nochmal weiter gucken ich würde ja gerne Kalzellmonen ins Werksbeil bringen, aber ne da muss ich erst muss ich mich erst zu durchringen, weil ich ja da verfolgt werde aber ich werde jetzt mal Vittoria Vici überzeugen, die Würzweinlieferung freizugeben vielleicht habe ich ja Glück wo bist du denn, Vittoria Vici? ah, hier mal mit ihm entschuldigt, ich war in Gedanken versunken ich plane meine Hochzeit, wisst ihr? es gibt so vieles zu bedenken er wird er wird dann hat mich gebeten, nach ihrer Gewürzlieferung zu sehen ach, ja wenn sie den Zoll von 2000 Goldstück entrichten möchte wäre alles geregelt ach, er wird kann sich keine Zollgebühren leisten sie kann sich kaum ihren Stand leisten ich bin mir sicher, dass wir uns einigen können erstmal überreden versuchen das ist nicht mein Problem gerade eben konnte ich doch noch was anderes auswählen ich muss mich manche behaupten ach ja wenn sie den zoll von 2000 goldstücken möchte das ist annehmbar ihr könnt ihr wird zahn ausrichten dass ihre lieferung in kürze nach einsamkeit gebracht werden wird für euch hergestellt nach einem alten familienrezept die ostkaiserliche handelsgesellschaft hat die gewürze verschickt danke vielmals bei jeder ladung gibt es probleme nehmt dies für eure mühe viel glück nicht gerade die perfekte zeit um in hümmelsrand unterwegs ihr seht aus als könntet ihr einen reifen apfel gebrauchen oder eine tommer ich weiß mir die schwarzblut räuber nicht in letzter zeit die geschäfte gingen eher schläppend zu haben hier gibt es reichlich frischen fisch für unten am hafen zwar ich habe zu erklären versucht dass rock wie etwas schluss getan hier wir können auch mal das agonische bier stehlen so ein bisschen sachen jetzt nebenher machen die restliche zeit die uns hier jetzt noch bleibt in dieser folge und dann dünnen wir mal so ein bisschen den bestand der sonstigen quest dort aus das sind ja echt viele das nehme ich aber alles mit das ist schön die überfleckte mehrere kommt da rein sagt bescheid wenn ihr etwas braucht oder setzt euch ans feuer ja nein nein alles gut ich geh wieder mit alter ah brenuin soll ich das agonisch wird das mache ich doch gleich wo ist brenuin ich vermisse die zeiten als die grau mähnen und die kampf wohnen ich habe nichts getan ist es denn zu glauben agonisches bier mein ergebensten dank hier nehmt diesen heiltrank ich habe ihn im tempel äh gefunden ja 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 ok aber was haben wir noch ähm finde live nah du bist das denn auf der Karte nach die kalten Halle na komm suchen wir doch mal live nah ja kann ja jetzt nicht so schwer sein den guten Mann zu finden ne so ja da muss ich einfach mal ratschen hier ist ein Drache die die in wenn da überhaupt so weit sieht so aus ist genau und da kann ich immer noch Und wir müssen uns machen. Ich kann hier irgendwann nicht mehr. Da kommt man überall. Die Wand, kein Problem. Kommt man runter. Aua! Wie heißt das denn... wo wir hin müssen, eigentlich. Der ist richtig dran. Die Gierke. Ja. Da ist was. Ich habe die Höhle ja entdeckt. Dann kann ich jetzt auch dahin schnell rein. Ich kann aber nicht weiter runter. Oh, das schafft es nicht. Doch, das kann ich. Oh, hier ist mal ein Khajiit runtergefallen. Hey, wo bin ich denn die Tee? Das ist was. Ich bin da runtergebrochen worden. Kann ich jetzt bitte dahin schnell reisen? Danke. Ja, ja, ja. Haben wir ja nicht verlaufen. Oh, du hast mich getroffen, du Sarsack. Hey. Ich bin da. Einer habe ich verschossen. Das ist immer ein bisschen ärgerlich. Ach, die haben ja wieder Eisenpfeile dabei. Perfekt. Das ist immer noch nicht. Oh, das ist immer noch ein Khajiit. Und das ist immer noch ein Khajiit. ja Schimmerpilze und Erz. Ich nehme das Erz ganz gerne mit. Vielleicht ist da ja auch noch ein schöner Rubin oder Saffir dazwischen oder Abethyst oder auch ein Ganatstein, wie auch immer. Es ploppt hier oben nichts auf, aber das heißt nicht unbedingt was. So, ich habe nichts dabei gehabt. Lieben Anführer. Oh, das ist schon schön was an Geld. Das ist sowieso krass. Ich habe jetzt mit einem Quest für die komische Tuse da 253 bezahlt. Bei einer Zollgebühr kriegt er zweimal Wein. Nur zwei. Würde auch keiner so machen, hätte ich wenigstens das überredete Geld zurückverlangt. Da unten muss ich hin. Ich bin aber erstmal hier oben. Ich bin aber erstmal hier oben. Was ist immer denn da? Für ein Buch. Die Schlacht von Sack und Tor. Zwei Handy verbessern. Sehr schön. Das ist gut, dass man das im Prinzip schon hört, dass da was passiert. Die kann ich hier runter. Ist denn der Life Knight gut? Ja, der Life Knight oder wie er hieß, ist nicht mehr ganz so lebendig. Okay. Kehre zu groß da zurück. Das machen wir auch. Funken kann ich schon. Aber das Herz nehme ich nur mit. Wenn das hier so schön an der Wand hängt. Oh, dumm Ernst. Wenn wir die Schmiede kurz nämlich voranbringen wollen mal. Dann werden wir das brauchen, Leute. Perfekt. Okay. Achja. Das ist ja hier unten. Wir sollen dann zu Krosta zurückkehren. Das werden wir auch machen. Aber das Ganze werden wir erst in der nächsten Folge machen, Leute. Wenn es dann wieder heißt, The Elder Scrolls V Skyrim. Bis dahin wünsche ich euch noch viel Spaß bei unseren anderen Videos. Checkt die mal aus. Und ich würde einfach mal so sagen. Bis dann. Ciao. Wir sehen uns mal drauf. Wir sehen uns mal ein paar vier разработaya состав. Das ist rundness und họ의 sostangekartstandinghini.